Hallo ihr Lieben und Willkommen bei einem neuen Video von mir. Und wie ihr seht, habe ich Post bekommen. Ja, ich habe mit der lieben Happy Raupi, ihr Kanal werde ich natürlich unten in der Infobox verlinken, habe ich ein Pocketletter getauscht. Sie hat meinen auch und hat auch schon ein Video dazu gedreht. Das werde ich euch auch mal unten verlinken. Da könnt ihr mal gucken, welchen ich hier geschickt habe. Und ich habe das nochmal hier aufgemacht und dann natürlich abgedeckt, weil da die Adresse steht. Aber ich möchte euch den schönen Umschlag zeigen. Das sind ja von den Umschlägen vom Action. Und die sind ja eh so schön, auch so schön bunt und nicht so langweilig weiß wie sonst. Und dann hat sie noch einen super, super süßen Aufkleber draufgeklebt. Total niedlich, den werde ich mir auch ausschreien. Ja, ich finde ihn total süß. Ja, wie gesagt, aufgeschnitten habe ich schon. Und dann würde ich sagen, greifen wir einfach mal rein. Und er ist im Übrigen saumäßig dick. Das sieht man ja auch. Also da hat sie mit Sicherheit irgendwie zu viel reingesteckt. Nicht so viel wie ich. Und was ich schon sehe, oh mein Gott. Oh, total niedlich. Schaut mal. Oh, die habe ich gesehen in ihrem letzten Haul, wo sie bei Action war. Und ich finde diese Dokumententaschen, die haben hier oben so einen Reißverschluss. Und ja, die sind einfach zucker, zucker, zuckersüß. Und ja, da hat sie mir Bumpy mitgeschickt. Und das, was ich da drin sehe, ist auch schon wieder viel zu viel. Um Gottes Willen. Also ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr dick, wie man sieht. Und die Tasche alleine ist schon super, super, super niedlich. Dankeschön. Da freue ich mich wirklich. Das ist total süß. Ja, das hätte schon allein gereicht mit dem Pocket Letter. Ich würde sagen, gucken wir erst mal den Pocket Letter an. So, da war die Adresse. Das mache mal weg. Das ist, ach so, da hatte ich die Adresse drauf. So, ich bin schon wieder total verwirrt, weil auch die Tasche ist schon allein total niedlich. Und ich würde sagen, gucken wir erst mal den Pocket Letter an. Hat sie ein süßes Band drum gemacht mit einer Schleife. Da packen wir das mal aus. Ah, ich lese schon einen Brief. Total süß. Gucken wir mal rein. Wollen wir mal reingucken? Ui, oh, diese Rahmen, die sind so endgeil, wenn ich das mal so sagen darf. Ui, Wahnsinn. Oh, wie niedlich. Oh, wie süß. Schaut euch das mal an. Ich würde euch ja jetzt, ja, seht ihr ihn ganz? Ja, ne? So ein bisschen zumindest. Wahnsinnig schön. Ich würde sagen, wir gucken mal von oben. Also, an Karton genommen hat sie ganz so hellgelb. Passt ja wunderbar zum Sommer auch jetzt. So hellgelb. Dann sehe ich die Doreen Beats. Steinchen sehe ich auch. Die Dinger sind ja super, super. Das ist genau mein Geschmack. Wunderschön. Hätte ich auch gerne. Hast du die? Woher hast du die? Die sind wunder, wunder, wunderschön. Und dann die kleinen Kawaii-Bärchen. Das ist sowieso total niedlich. Und der Rahmen. Mein Gott. Ich habe mich schon verliebt. Total süß. Schaut euch das an. Auch kleines Bärchen. Ah, die kenne ich auch nicht. Auch super schön. Also ist auch sehr, sehr stimmig. Der ganze Pocketletter. Sehr, sehr stimmig und wunderschön. Hat sie noch Halbperlen mit aufgeklebt. Und hier noch so kleine Bärchen. Wirklich super, super schön. Ah, da haben wir die Steinchen und beziehungsweise Blümchen. Haben wir da in hellblau. Auch mit den. Ah, wunderschön. Da ist dann auch noch so ein Rahmen. Die Rahmen sind im Übrigen hier außen draufgeklebt. Also die zwei. Die großen. Die sind außen aufgeklebt. Und die schleifen hier auch. Wirklich wunder, wunder, wunderschön. Und dann hat sie den Rahmen. Ach, den Rahmen ja. Den Rand auch noch verziert. Mit schönem, ich schätze mal Washi-Tape ist das. Wisst ihr, was ich jetzt vergessen habe? Durch Leute auf Euphorie die Post zu lesen. Ich bin ja auch blöd. Es tut mir leid. Ich war so aufgeregt jetzt. Da habe ich das vergessen. Es tut mir leid. War nicht mit Absicht. Alice im Wunderland. Zucker, Zucker, Zucker süß. Was für ein kleiner Umschlag. Total niedlich. Ich mag Alice im Wunderland. Finde ich total toll. Zucker, Zucker süß. Ich werde den Brief mal kurz lesen. Aber jetzt muss ich den aufmachen. Ich will das nicht kaputt machen. Ah, es hat geklappt. Alles gut. So. Dann werde ich ihn mal lesen. Wenn ich ihn aufkriege. So. Ich glaube, den kann ich vorlesen. Das ist kein Problem. Liebe Steffi, danke nochmal für deinen Pocket Letter. Hoffe, du freust dich auch über meinen. Ja, total. Also schaut euch den an. Da kann man sich ja nur freuen. Das war im Übrigen der Erste, der mich überrascht hat. Also ich wusste gar nicht, was für ein Thema und was da auf mich zukommt. Und ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Und er gefällt mir wahnsinnig gut. Wirklich super. Jetzt weiter zum Brief. Die Goodies sind extra beigefügt. Nur der Brief durfte dort rein, weil er reinpasst und süß ist. Haha. Hoffe, wir tauschen noch einmal. Liebe Grüße, Jenny die Raupe. Ja, total niedlich. Und dann auch so ein Alice im Wunderland. Ich denke, das kann ich zeigen. Auch Papierchen. Also wirklich Zucker, Zucker süß. Da hast du recht. Der Brief ist wirklich süß. Jetzt werde ich ihn mal wieder in das Umschlägchen reinmachen. Und dann haben wir ihn hier. Ich lege ihn mal ein bisschen aus dem Bild. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu der wahnsinnsgefüllten Tasche. Hoch, ich bin ja so aufgeregt. Ich gucke jetzt mal gar nicht rein. Und ich ziehe einfach mal raus. Und das, was ich rausziehe, ist schon super, super geil. Ich habe keinen Action in der Nähe. Und das sind diese neuen Designer-Tapes. Und die sind wahnsinnig hübsch. Schaut euch das mal an. Das ist so pink, pink, lila. Ne, lila, hochpink. Ich bin auch pink. Lila. Ich habe in die Kamera geguckt. Da sah es ein bisschen pink aus gerade. Nur zu meiner Verteidigung. So lila, silber. Die sehen wirklich wahnsinnig schön aus. Und da hat sie mir auch direkt noch eine ganze Rolle reingelegt. Bist du verrückt? Nein. Dankeschön. Das ist schon super. Ich ziehe einfach mal weiter. Aha. Die kenne ich doch irgendwoher. Die habe ich bei dir gesehen. Die sind auch super schön. Faun-Sticker. Die habe ich auch überhaupt nicht. Woher sind die denn? Wollen wir mal gucken. 1,50 Euro haben sie auf jeden Fall gekostet. Paris. Made in China. Naja. Es sind auf jeden Fall Zucker, Zucker, Zucker. Schön. Zucker schön. Genau. Wirklich super. Dankeschön. Klasse. Habe ich noch nicht. Oh. Ich sehe. Oh. Ich sehe. Oh. Oh. Schaut mal. Naja. Wenn es scharf schalten würde. Jetzt. Wow. Noch so ein tolles Designer-Tape. Oh. Danke schön. Das finde ich wirklich klasse. Habe ich noch kein einziges von. Und dann mit Herzchen. Herzchen gehen immer. Klasse. Dankeschön. Da freue ich mich wirklich sehr. Oh. Da haben wir eine Naturkosmetik mit Heilerde. Feuchtigkeitsmaske mit Mandelöl. Für schöne und gesunde Haut. Ja. Das werden wir mal ausprobieren. Mal gucken, wie sie so ist. Von Luwos. Im Übrigen. Dankeschön. So. Dann haben wir Schmucksteine. Kleine Blümchen. Seht ihr das? Ja. Sieht man sehr gut. Zum Aufkleben. Die gehen ja immer. Die kann man ja überall draufkleben. Das ist ja wirklich klasse. Dankeschön. So. Ach mein Gott. Das hört gar nicht auf hier. Ah. Da haben wir Silber im Übrigen. Und hier haben wir sie in Gold. Das ist super. Klasse. Dankeschön. Habe ich auch noch gar nicht so kleine Blümchen. Ist dann auch absolut niedlich. Vielen, vielen Dank. So. Dann haben wir. Oh. Das Tütchen. Das Tütchen ist schon Zucker. Schaut mal. Naja. Wenn es scharf schalten wollen würde. Dann würdet ihr vielleicht auch was sehen. Jetzt. Das Tütchen ist schon super, super süß. Und was ich da drin sehe. Oh Gott. Ist ja schon auch Zucker. Das sind die kleinen Bärchen. Ich schätze mal, die sie auch auf dem Pocketletter gebraucht hat. Ich hole mal gerade ein paar raus. Oh. Das sind auch so. Oh. Ja. Schaut mal. Wow. Also auch super, super niedlich. Die habe ich auch gar nicht. Das sind alle Sticker Flakes, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ui. Und auch noch so viele. Mein Gott. Du hast mich ja wirklich verwöhnt. Jetzt habe ich ja direkt ein schlechtes Gewissen. Oh. Zucker, Zucker, Zucker süß. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist wirklich absolut niedlich. Ja, gerade kam ein Schätzlein nach Hause. Deswegen wurde ich kurz unterbrochen. Ich musste die Hand mal ein bisschen wegtun, weil sie wurde schon steif. Und ja, ich habe sie wieder eingepackt. Aber die sind wirklich super, super niedlich. Vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter. Sie ist auf jeden Fall sehr verrückt, weil sie hat wahnsinnig viel hereingetan. Da haben wir dieselben Blümchen noch meinen Rosa. Rosa geht immer. Die sind auch wirklich, wirklich schön. Dankeschön. So, dann haben wir, mein Gott. Es hört noch lange nicht auf. Oh, wie süß. Diese Tütchen sind total niedlich. Was haben wir da drauf? Ich glaube, das sind, oh ja, Katzen. Katzen und Hasen, glaube ich. Total niedlich. Vielen lieben Dank. Da freue ich mich. Die gehen ja immer, solche Tüten. Sind super süß. Machen wir mal weiter. Mein Gott, hast du viel reingetan. Hey. Oh, noch so ein süßes Tütchen. Oh, mit Erdbeeren drauf. Cool. Ah, da hat sie mir noch ein paar Tütchen reingetan. Hey, das ist ja super. Guck mal. Oh, wie niedlich. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, da ist noch eine. Hoppla. Rilakkuma. Moment, ich habe Rilakkuma vergessen. Super, super süß. Seht ihr das? Ja. Und Erdbeerchen. Vielen lieben Dank. Ein Tütchen habe ich gerade gestern, glaube ich, erst bestellt. Und da kommen die wirklich wie gerufen, weil diese Tüten gehen absolut immer. Die sind absolut niedlich. Ja, machen wir mal weiter. Mein Gott, noch so ein Tape. Geil. Schaut euch das mal an. Boah. Auch absolut meine Farben hier. Grau und Silber. Glitzer, würde ich sagen. Richtig, richtig toll. Dankeschön. Mein Gott, das hört gar nicht auf. So, hier haben wir nochmal Sticker. Ich würde sagen, Deko-Time. Die sind vom Action. Von Paris. Ja. Super, super schön. So 3D-Sticker gehen ja auch immer. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wohin. Das ist doch gar kein Tauschpaket. Das war doch nur ein Pocketletter-Tausch. Mensch. So, komme ich zum letzten. Wir gucken nochmal rein. Jawohl. Komme ich zum letzten. Da haben wir solche Tags. Die habe ich auch gar nicht. Die habe ich schon mal von der lieben Tanja bekommen. Nur mit Blumen. Und ich würde sagen, machen wir die einfach mal auf. Und gucken uns die an. Jawohl. Ah, mal so süße Eulchen. Geschenkbänder. Ne, Geschenkbänder. Ich bin ja auch blöd. Ich meine Geschenke. Und da haben wir... Was ist das? Weiß ich auch nicht. Eine Sonne? Nein. Da haben wir Blumen und eine Tasse Kaffee. Ah, wie süß. Eine Katze. Total niedlich. Und mit Schmetter... Ach so, sie jagt den Schmetterling. Ja, irgendwie so. Total süß. Und ein Stück Kuchen, würde ich sagen. Ah ja, und da können wir anstoßen. Ja, mein Gott. Und dann natürlich noch die süße Bambi-Tasche. Ja, mein Gott. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen lieben Dank. Mir gefällt wirklich alles. Es sind wahnsinnig schöne Sachen. Der Pocketletter ist auch absolut niedlich geworden. Da hast du dir völlig umsonst Sorgen gemacht. Gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Und das, was du mir, ja, zusätzlich geschickt hast, natürlich auch. Viel zu viel. Da habe ich ja glatt ein schlechtes Gewissen. Und ja, ich hoffe natürlich, wir tauschen auch nochmal ein. Und dann revanchiere ich mich. Revanchiere ich mich natürlich. Und ja, ich freue mich wirklich sehr. Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Sachen. Und euch anderen danke ich fürs Zusehen. Und hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einem unserer nächsten Videos wiedersehen. Dankeschön. Tschüssi. 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 Vielen Dank.